Willkommen zurück, es geht weiter mit Kingdom 80s Trade Roots Coffee. Das sagt mir jetzt leider nichts. Ich hätte gedacht, dass wir irgendwas von sich erkennen, aber könnt ihr in die Kommentare schreiben, wenn ihr erkennt worum es hier geht. Bei dem Shop hier. Letzten Film oder was auch immer. Aber wir haben genug Arbeiter hier, sehr gut. Ja gut, Münzen, Münzen, Münzen. Komm mal, einen können wir noch auffetten. Auffetten. Den hier. So. Oh, sehr gut. Guter Junge. Hast du fein gemacht, kriegst Leckerchen. Noch mal aufwerten kann ich nicht. Wahrscheinlich auch sehr knapp werden. Ja, los. Es geht um die Wurst. Bin ich natürlich wieder an Bäume fällen. Aber es wird schon gebaut. Oh, scheiße. Zeit schinden. Nein. Gut, das wir haben ja zwei Barrikaden. Alles gut. Das hat mich getroffen. Hinter mir ist einer. Münzen. Sehr gut. Boah, gucken wir, wie gut die zusammengeschossen werden hier. Die kommen nicht weit. Boah, die Krabbe genau getroffen. Das war ja geil. Oh. Oh. Oh, die Amor Wars kommt aber auch nicht weit. Der arme Troll. Oh. Och, ja. Der kotzt ja Kinder. Äh, Greed. Er bricht. Aber Schaden kriegt er nicht viel dadurch, hä? Blech. Ach. Äh, endlich. Bleghm. Du, du, du. Die Greed sind besiegt. Hey, die lebt ja noch. Ach, das sind noch. Die haben sich da eingesperrt, das sind die Eltern. Das sind keine Puppen. Ach so. Es sind aber nicht viele Überlebende hier. Da habe ich noch eine Barrikade. Kann ja nichts machen, oder? Da steht auf jeden Fall nichts. Aha. Ist das meine Mutter? Mama, weißt du, wo der... Weißt du, von der Krone, Entschuldigung. Ich sage lieber nichts. Ich lese das sowieso, stelle mich vor. Jetzt kommt die Geschichte von Oma. Ich bin immer auf dem Weg. Ich bin immer auf dem Weg. Ich bin immer auf dem Weg. Ich kann die Geschichte von Oma. Alles gut. Ich bin immer auf dem Weg. Welchen? Ich bin immer auf dem Weg, sais ich scheiße. Okay, verstehe ich jetzt trotzdem irgendwie nicht. Die Krone haben wir doch auf, oder nicht? Nee, die haben wir nur hier im Spiel auf. Die haben wir gar nicht auf. Sondern wir müssen die Krone, die, äh, dieses Monument, was kaputt gegangen ist, müssen wir reparieren wahrscheinlich. Okay, so. Gut. Münzen! Nur ne neue Mülltonne und so. So, so, nur ein paar, ja, erstmal das hier. Das hier. So. Dann das hier. Und dann los. Sehr schön, mitkommen. Ich glaube, wir müssen noch mehr, äh, ich glaube, wir machen noch mehr Bögen. Wir müssen eh warten, bis die Nacht nochmal vorbei ist, glaube ich, sonst wird es zu eng. Obwohl. Schaffen wir auch trotzdem, oder? Ich bin der Beste. Okay, los geht's. Ah, ein Popcorn, das hört sich echt gut an. Lecker an. Oh, der arme Junge, hat der Wein? Hier ist ne Münze. Danke! Von eurem Pausenbrot kriegt ihr eine Münze wieder. Oh, ne, komm, wir warten lieber hinten. Oh, Gott. Ja, wir haben zu wenig Bogenschützen. Viel zu wenig Bogenschützen. Oh, Mann. Ja. Oh, Mann. Haha. Guck mal, jetzt haben wir sogar helllichten Tag. Los geht's. Steht der Hover? Ne. Komm vorwärts hier. Danach müssen wir erstmal die Welle wieder abwarten und dann können wir in den Cave rein. Müssen wir jetzt schon da rein. Okay. Okay. Langsam zurückziehen. Wir schaffen das diesmal. Wir schaffen das diesmal. Wir sind nicht weit weg von unseren Verteidigungsanlagen. Keine Sorge. Nein, Toni. Lauft ihr Narren. Nein. Jetzt muss ich aber echt Bogenschützen ballern. Der läuft. Ich glaube es haben viele geschafft. Sehr gut. Alter. Oh Mann, wir haben echt nicht mehr viel Bogenschützen. Okay, ich weiß was zu tun ist. Bögen kloppen. Bögen kloppen. Weil die sammeln sich halt immer überall. Das ist das Problem. Das ist auch wichtig. Komm, wir gehen mal gerade gucken, ob wir hier nochmal... ...adjustiert in den Häusern rausholen können. Ah, sehr schön. Das habe ich gehofft. Ich habe so viele Bogenschützen verloren. Ist ja eigentlich noch was, was wir wegmachen müssen. Nee ne. Ja, jetzt hört man den Tag auch noch ab Ja, schade, dass die ganzen Bogenschützen von rechts hin nach links gehen Das ist auch schon immer ein Problem gewesen It was always a problem Oh ja It was always a problem I weiß Da kommen sie Ein Eiweißproblem Hört ihr das? Ich bewege das Mikro und es quietscht nicht mehr Aber ich habe eigentlich meinen 4D14 in den Greifer angemacht Das habe ich noch nie gemacht Ich weiß gar nicht warum Ich weiß nicht Ich habe immer daran gedacht, aber es nie getan So Seit 2015 dann endlich Hm, nichts Kommt keiner mehr? Guck mal wir fahren mal ans Ende Die müssten ja ganz viel Hasen erlegt haben Ist eh gerade Nacht Aha Okay Jetzt können wir die Hütten leer machen hier Ach guck mal, jedes Paar Schuhe bedeutet, wie viel ich hier rausholen kann Ah, jetzt habe ich es verstanden Guck mal, die gehen nämlich weg, die Paar Schuhe So, Tag 20, jetzt können wir auch den Angriff starten Ja, hier sind eure Schuhe, damit ihr für mich arbeiten könnt Hm, das dauert mir jetzt schon lange hier, dass sie die Bögen holen Was soll denn, die haben sich viele Bögen, ne Bögen wieder geholt, ich glaube aber nicht, dass sie das geschafft haben Die Grid haben die doch bestimmt mitgenommen Achso, äh Beinah vergessen Oh, hab ich hier noch genug? Ja Und los Boah, der ist aber schnell Schnell an die Front Was trinken und los Hydrieren Guck mal, können wir die noch weg machen hier Genau, dann kann das alles schön weggehen bis zum Loch Genau, weg mit denen Angriff Oh, oh Oh, oh Das wird schon wieder nichts Ja, sehr gut Einmal variieren Einmal variieren bitte Und los geht's Der letzte Baum mit gefällt Es gibt keine verseuchten Bäume mehr Auf geht's Ach ne, jetzt bleibt doch mal da drin Im Ernst Gibt's Gibt's doch nicht Geht dann wieder zurück Das müssen wir dann vielleicht doch noch weiter nach vorne Haben wir sie wieder besiegt? Fast Hier reparieren müssen wir's nicht doch Ich hab ein bisschen kurz warten Ich hab ein bisschen kurz warten Wir müssen hier die, äh, Geschütze hinbauen Nein, Maschine! Gibt's doch nicht Gibt's doch nicht Nein Ach, jetzt müssen wir das neu bauen Das gibt's doch nicht Meine Güte Okay, dann gehen wir jetzt noch schnell, äh, das nochmal neu holen So, los geht's So, los geht's Los Auf geht's Ah ne, den hier, tschuldigung, tschuldigung Komm schon Wo bleibt denn der jetzt? Das Das er Ist kaputt Der fährt jetzt ganz alleine, aber der ist doch super schnell Ich will doch nur angreifen Ich lass die mal aufhören, die Mülltonne Welch kommt da dann jetzt? Welch kommt da dann jetzt? Hm, egal Er ist lost So, jetzt greifen wir Ah, da ist er Ich hab jetzt immer noch broken Ich hab jetzt immer noch broken Okay, da müssen wir jetzt ja hin Ghostbusters Star Wars Was war das dritte? There is something strange In the neighborhood Irgendwie so So, dann machen wir den hier an Wir müssen ja eh warten gerade Die müssen wir auch nicht ändern Die müssen wir auch nicht ändern Aber ich glaub nicht Ja, es fällt auseinander Okay Nein, nicht dem Toni Ach, sehr gut Wir sind safe Schnell reparieren Wir sind nicht Ah, ne Ist vielleicht so hakelig gerade Dann machen wir lieber auch in der Mauer hin, wer weiß was danach kommt Sehr gut, jetzt haben wir den Robi auf jeden Fall Und weiter geht's Geil Jetzt kriegt's richtig Damage Wir dürfen jetzt nicht die Mundtunnel verlieren Das ist wichtig Sehr gut Mundtunnel repariert's Das ist wichtig Das ist wichtig Ist wichtig Das ist wichtig Die Boi schützen wollen nicht mehr Rückzug Danke Ja, da kommt die Verstärkung, sehr gut. Vega. Ist kaputt? Oder ist es nur aus? Es ist aus. Ist wieder an. Geht weg hier. Sehr schön. Eingriff. Fast geschafft. Guck mal, das ist ein riesen Baumstumpf. Jetzt? Ich habe keine Ahnung. Hä? Nein, ist es wieder rein noch? Ach du Scheiße. Das ist neu. Sicher ist den Weg da rein zu ballern. Ich schieße wieder nicht. Diese Mülltonne ist kaputt. Oh. Ich schieße halt nicht. Ich schieße nicht. Ich schieße nicht raus. Geht nicht. Ah, jetzt schieße sie. Sehr gut. Komm mal reparieren. Sehr gut. Okay, weiter geht's. Ihr hässlichen. Mal wieder ein bisschen zurückfallen lassen. Okay. Kommt schon. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sehr schön, sehr schön. Reparieren. Oh, Gott sei Dank. Mein Gott, das ist immer so knapp. Sehr schön, das sind schon drei Stück. Eine Barrikade. Oh Gott. Und wieder zurückfallen lassen. Sehr schön. Und Angriff. Lass mal noch reparieren. Kann sein, dass man zur Nasen des Zimini es nicht macht. Wenn's kaputt ist, macht's es vielleicht. Ja, sehr gut. Ich schau, dass es nicht durch mehrere durchgeht. Der Schuss. Okay, das ist das Herz. Wir haben's gleich geschafft. Einmal, komm. Angriff. Hier ist es. Yo, guck mal. Da links. Das ist so ein Schrein. Er ist gebunden. Das ist mein Hund. Oh Gott. Haben wir's geschafft? durch. Behörden. Oh Gott. Guck mal, die vier werden gefeiert und die ganzen Kinder nicht. War wieder klar, die ganzen Kleinkinder werden einfach ignoriert, die eigentlichen Sieger, die Pausengeldlieferanten. Ja, ich meine, die Spiellänge war okay, kann man nicht motzen, die waren ja immer so lang. Ähm, weil es hieß irgendwie, es sei zu kurz, aber ich fand die Länge jetzt völlig in Ordnung. Es ist immer wichtig, dass Kingdom immer ein Spielmodus, dass der eventuell unendlich geht oder irgendwie einen Story-unabhängigen Modus. Das kommt meistens dann immer am Schluss dazu, aber eigentlich finde ich das hier solide. Kingdom 80 ist cool, ne? Ich mag die ganze Kingdom-Reihe super gerne. Man kann immer über alles Mögliche streiten, was die Reihe angeht, weil es ist ja immer wieder das Gleiche. Aber ich spiele das unfassbar gerne, es ist super entspannt, Leute. Und, äh, ja, ihr habt es ja gesehen, ne? Liebe Leute, guck mal zum Schluss die Developer von ihren Kinderwildern aus den 80ern. Hahaha! Geil! Ja, ich bin auch mit dem ganzen Scheiß groß geworden. Bei mir war es aber quasi der Übergang von da auf, äh, ja, aufs Handy-Zeitalter. Und, ja, bei mir ist Super Nintendo halt schon, ne? Das hier ist ja eher die Nintendo-Ära. Der erste Nintendo. Sehr schön, liebe Leute. Ich wünsche euch was. Ihr seid die Besten. Und bis dahin, wie immer, haut rein. Danke fürs Zuschauen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Bis zum nächsten Mal.